Was ist denn das überall? Ja, kein Ohrweg. Oh Gott. Okay, warte mal. Ne, lass mal für die eine Ohrl nachher. Ah, okay, mal überlegen. 26. Ja, komm weg. 3,3. Boah, 14,5 ist viel zu schwer. Ja komm, das reicht erstmal. Jetzt kaufen wir uns erstmal die Giftpfeile. Da brauchen wir uns auch ein paar. Ne. Boah, das ist teuer. Ach, das brauchen wir eh nicht. Das reicht. Gavlan will, Gavlan deal. Gavlan w- What you want. With Gavlan. Alter. Gavlan. 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 So, hier ist der Shortcut Wir gehen erstmal zum magier spricht er schon mit uns Ja Ich bin Karelian, jetzt, jetzt, jetzt Die Magierkeitschreiber sind eine sehr gute Tristische Sorcerer Du scrollst, aber die Entree, nie vergessen Die Magierkeitschreiber sind eine Tristische Sorcerer Ein Tag meine Teachings werden Sie Ja, ja So, jetzt holen wir jetzt ein bisschen Leben Jetzt ist nämlich Boss-Time Ne, wir machen erstmal mal Level Dann machen wir mal Boss-Time Hey, den Boss machen wir noch und dann ist Schluss Dann mach ich nichts mehr Was machen wir dann jetzt? Hier noch eins hoch? Wie viel Filtern bis nächste Level? Auch hier nur 1000 Ich mach mal Quatsch, ne? Du hast doch Ich weiß, was wir schon mal Ich weiß, was wir schon mal Ich weiß, was wir schon mal Ja Ja Ich hab mich vergessen, hey, unser edler Knochenstaub Taka plus eins Gib direkt eine große Ladung beim Heilen Das ist ja eine Kraft mit dem Eskus-Flakon verstärkt Jetzt reisen wir Jetzt reisen wir Ja, jetzt holen wir die Logatil Die brauchen wir jetzt für den Boss-Kampf Die muss dabei sein, sonst klappt das nicht mit der Questline mit ihr Jetzt funktioniert das nicht Die gute Logatilung ist dabei sein Komm Weg Weg Ja Ja Was für ein Bastard, ey Was für ein Bastard, ey Okay Was für ein Bastard Entschuldigung Was für ein Bastard Wie ist das? Kannst du dich? Das ist es ein Bastard Wir klären ja erstmal alles. Wir wollen ja nicht, dass der Lugatil stirbt, ne? Guck mal, kommt der Wichser dann jetzt? Alter Schwede, was haben wir mit dir, du Wichser? Boah, was für ein Wichser! Was war das so ein Arschloch? Das kotzt mich jetzt schon wieder an, ne? Zum Glück habe ich mich noch nicht menschlich gemacht Mann, 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 Mann Du verdammter Wichser da, ey Was für eine Kombo die raushauen, ey Unfassbar Der war dann mit dir schon Der war dann mit dir schon Der war dann mit dir, wie bei mir leid. Willst du mal mit dir schiefst? Der war dann mit dir auch das will. Der war dann mit dir schon zu pregen, wir verstehen, wie bei mir Herr. Defund schon dir schon mal, wir wollen mit dir raus, aber den Ballen ist nicht wieder ab. Bedenken an den grauern. Der war dann mit dir schon. Der war dann mit dir noch. So, jetzt haben wir die Lukas hier. Ist das schon? Ach Quatsch, da ist er schon. Da ist er. Lukas hier, komm. Dann komm, passt halt. Komm, da hin. Wir fallen nirgendwo rein. Wo ist er? Sehr gut. Komm, ab geht's. Ah. 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 Lass mal eine Lukas hier in Ruhe. Genau. Und tschüss. Dankeschön. Danke Lukas hier. Das war's. Dann haben wir auch alleine gepackt, ja ganz easy, aber sie muss eben dabei sein für die Questler. So, gucken wir erstmal hier. Ein Zauber raus. Flamme hier. Flamme und Feuerball. Jo. Und? Jetzt kommt der K10. Jetzt kommt der K10. hier. Jo. Hier machen wir jetzt Schluss. Weil ich hab's keinen Nerv. Feuern. Oh. Scheiße. Nein. vom letzten leuchtfeuer scheiß jemand an das war sowas von blöd oder auch geht das ich weiß gar nicht vom letzten leuchtfeuer ich wusste scheiße fall ich da rein was kann nur mir passieren ist das schiff weg oder wie viel man überhaupt für 9000 er ist noch da